Musik Musik Müsstest du dein Zuhause verlassen Nicht mal Zeit zum Denken und Packen Nein Vielleicht würdest du's nie wieder sehen Wusstest auch nicht, wohin es geht Du weißt nur, nicht alles wird gut Ganz egal, wie viel du jetzt auch dafür tust Wer kann uns erklären, wozu die Kriege sind? Kann mir jemand sagen, was mit dieser Welt nicht stimmt? Und wie stark kann man sein? Wie viel Kraft ist dabei? Wie viel Mut? Wie viel Glück? Wie allein kann man sein? Und wie viel Tränen kann man sein? Wie muss es sein? Lässt man alles zurück? Und alles ist so fremd hier Keiner, der mich kennt hier Was würdest du tun? Was würdest du tun? Am Kopfschon! Wie stark kann man sein? Wie viel Kraft ist dabei? Wie viel Mut? Wie viel Glück? Wie allein kann man sein? Warum dreht sich ja keiner um? Wie kann man sein? Wie muss es sein? Lässt man alles zurück? Was würdest du tun? Ich frag mich Was würdest du tun? Sascha, jetzt geht's um Ich weiß es nicht Nein Hallo! Hallo! Sagst du uns wie du heißt Und wie alt du bist? Ich heiße Mila und ich bin neun Jahre alt Hallo Mila! Vielleicht bist du gerade ein kleines bisschen enttäuscht Dass sich niemand von uns umgedreht hat Aber ich möchte dir eine Sache sagen Du hast uns hier gerade allen Ganz schön, ganz warm, ganz tollen Moment geschenkt Und das liegt daran, dass du deine Stimme Und dich mit hier reingebracht hast Und auch wenn wir uns nicht umgedreht haben Glaube ich, haben wir uns hier gerade alle sehr, sehr verbunden gefühlt Vielen Dank, dass du uns dieses schöne, schöne Lied gesungen hast Wirklich Dankeschön Hast du ganz, ganz toll gemacht Danke Mila, ich fand's auch super schön Was du da gemacht hast Ich hab ne Frage, was hast du denn da Süßes dabei? Was liegt da unten? Ist das dein Glücksbringer? Das sind Geschenke für euch Geschenke! Oh! Oh! Willst du uns die trotzdem noch geben? Ja Das nehmen sie an, ne? Was ist es? Armbänder Armbänder Hast du selber gemacht? Sie selber gemacht? Wirklich? Cool Zeig mal, dann kannst du sortieren Danke Du passt auch ganz gut zu meinem Hemd Perfekt Perfekt Das ist dein Glücksbringer Das ist dein Glücksbringer Das ist dein Glücksbringer Das ist dein Glücksbringer Oh! Oh! Einen ganz großen Applaus für Mila! Das ist dein Glücksbringer Das ist dein Glücksbringer Das ist dein Glücksbringer Das ist dein Glücksbringer Juhu! Nicht graurig sein, ja? Ey, und dann sehen wir uns In Stuttgart, hast du gesagt, ne? Cool Dann treffen wir uns nochmal, ok? Freu mich! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!